Kannst du dann abends so, äh, 120, äh, 320p streamen, sonst lag man streamen. Du müsstest es eigentlich, äh, ich bin der vierte, es klappt nicht immer, äh, umstellen können, dass die, äh, Qualitätsdings... Also, ich würde dann vielleicht auf 400p runtergehen, auf 300 würde ich nicht gehen, keine Ahnung. Also, ich würde dann auf 400p runtergehen, ehrlich gesagt. Ich denke, das würde auch klappen. Aber kann ich, kann ich machen. Also, okay, ich kann mir das nicht leisten, gut. Ich bin tatsächlich komplett pleite. Ja, wirklich komplett pleite. Ich hoffe, ich, also es wäre ein, wenn, das ist, äh, wenn man das abends einstellen könnte, das ist halt nicht immer so. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob man es gerade eben einstellen kann. Wir werden sehen. Also, glaube nicht. Ich gucke mal kurz nach, auch professionell. Ah, ne, okay, egal, geht nicht. Geht auch, sehr schön. So, okay, also, ich habe wie viel Schulden? Finanziell, Darlehen. Das ist eine Menge. Elf Millionen ungefähr. So, ich muss hoffen, dass ihr gut lauft. Vermute mal, äh, okay, meckert nicht über den Preis. Ich lasse das erstmal alles etwas laufen. Ich muss gucken, als erst mal generell über 1 plus komme. Danke, 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 der Kokoskeks. Danke, der Wille. Boah, ist auch gerade voll, ich habe gerade so geschrien, da, es ging nicht, es hat voll in meinen Koffer ran wehgetan. Krass. Aber hey, Kokoskeks. Ich habe meinen Trink nicht aufgefüllt. Na, egal. Es geht ja sogar, ne? Ich bin im... Ich verliere gar nicht so viel Geld, wie ich dachte. Freut mich. Äh, so lange war ich nicht. Ist wirklich preiswert. Uh. Aber ihr meckert jetzt. Ja, ist okay. Ich lasse das mal an. Ich lasse das mal. Ihr werdet ja alle bald im Preis fallen. Clickbait. Stimmt. Verzeih mir. Den Clickbait. Ihr meckert ja auch nicht, wenn ihr breit habt. Dann würde ich ihn nochmal auf 10 Euro erhöhen. Jetzt bin ich im Minus tatsächlich. Also ich schwanke immer ganz knapp, aber ich werde ins Minus erstellen. Okay, hier meckert ihr, dass es zu teuer ist. Dann zack. Premium Pass, wie läuft es du denn? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. So viel ist der Premium Pass nicht wert. Okay, also du machst aber Plus. Ja. So viel verpasste Kunden. Ich würde es noch mal auf 6 Euro packen, bis ich mehr Attraktion habe. Also eigentlich, eigentlich soll es jetzt besser klappen. Äh, mein Twitch funktioniert nie. Deswegen kann ich fast nie zugucken. Alles gut. Ja, der Pack ist genauso hübsch wie du. Also überhaupt nicht hübsch. Danke, Digga. Besten Dank, Digga. Hier. Ich muss Verkäufer einstellen. Ich habe aber keinen Verkäufer. Warte mal, ich gebe mal. Ich... Uh, ich muss... Ich muss meinen... Ich muss meinen... Ich muss meinen... Ich muss meinen... Ich muss einen neuen Putzplan machen. Ich habe nur... Hatte ich ja mal gekündigt? Geil, oh eins. Oh Gott, oh Gott. Also werde ich jetzt noch mehr Betriebsausgaben haben. Ja. Muss ich noch einen neuen Plan machen. Wie ein neues Gebäude. Oh Gott, die armen Hausmeister. Die tun mir leid. Oh Gott, oh Gott. Die tun mir leid. So. Du bist frei beweglich. Das wollen wir natürlich nicht. Neuer Arbeitsplan. Geilo 3. Heiländer! Moin, servus, moin. Und der wird... Der kommt hier rüber. Das ist doch ein relativ großes Gebiet. Aber das kriegst du hin. Dann kriegen das zwei Leute. Arbeitsplan. Äh, äh, Geilo 3. Und 3W habe ich ihn genannt. Upsi. So, dann bist du frei beweglich. Dann kriegt ihr alle nochmal eine Gehaltserhöhung. Damit ihr glücklich seid. So kann man es machen. Lass das Spiel mal die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Passt so, denke ich. Ich sollte Musik im Hintergrund einlegen. Bei Planet Costa, glaube ich. Hätte ich machen sollen. Naja. Das geht. Alles so spoilert. Bin super lustig, oder? Das Problem ist, wenn ich hier ranzoome, dann wird ja die Kamera angesomt. Ein Jeep wurde geschnappt. Sehr schön. Damit läuft es nicht ganz gut. Ich guck mal generell. Wie läuft es in meinem Personal? Leider habe ich das immer noch hoch. Dann gehst du auch zu Geilo 1. Dann solltest... Ja, passt. Dann sollte es hoffentlich nicht mehr so hoch sein. Animateure, du hast Bock. Du bist frei beweglich. Na, bei euch geht's. Bei euch geht's eigentlich. Ihr seid zwar alle nicht so glücklich. Ich gebe euch alle eine Gehaltserhöhung. So werde ich noch viel mehr Ausgaben haben, aber... So muss das. Ich muss wirklich Hintergrundmusik einfügen. Hatte ich die ganze Zeit vergessen. Für den 1,10 Dollar mehr. Ich bin eigentlich beim Grottenpark. Ich habe fast eine halbe Million Schulden. Imagine, das ist nicht gut. Ich brauche auch einen neuen Techniker. Oh Gott, oh Gott. Lebt der Stream nur bei mir die ganze Zeit. Ich sollte mal wirklich die IP runterstellen. Ich glaube, ich mache das jetzt. Also, ich schalte das Stream jetzt ganz kurz aus. Stell die Qualität runter. Auf 400p. Nicht mehr auf 700p. Und dann sollte es bei euch gehen. Hoffe ich zumindest. Ich mache das mal ganz kurz, ne? Thank you. Vielen Dank.